Duke of Burgleuch ist ein erblicher britischer Adelstitel in der Peerage of Scotland. Der Titel ist nach dem Weiler Burgleuch in der Nähe von Selkirk, Scottish Borders, benannt. Verleihung der Titel Der Titel wurde am 20. April 1663 für James Scott I. Duke of Monmouth, einen nicht-ehelichen Sohn des englischen Königs Charles II., geschaffen, der Anne Scott IV. Countess of Burgleuch, geheiratet hatte. Diese wurde am selben Tag ebenfalls zur Duchess aus eigenem Recht ernannt. Dies hatte zur Folge, dass der Titel nicht erlosch, als Monmouth wegen Hochverrates nach dem Scheitern der Monmouth-Rebellion hingerichtet wurde. Derartige Verleihungen von Adelstiteln an Frauen waren in Schottland anders als in England und Irland, zwar selten jedoch nicht ungewöhnlich. Weitere Titel Im Jahre 1810 erbte der dritte Duke den Titel Duke of Queensbury auch in der Peerage of Scotland, während der Titel des Marcus of Queensbury auf einen anderen Verwandten überging. Seit dieser Zeit ist der jeweilige Duke einer von nur fünf Männern im Vereinigten Königreich, die zwei oder mehr die Jugenddoms innehaben. Nachgeordnete Titel Die nachgeordneten Titel des Duke-Doms lauten Der Duke trägt außerdem zwei nachgeordnete Titel des Duke of Monmouth, nämlich Earl of Donchester und Baron Scott of Dindale, beide in der Peerage of England. Diese waren zunächst nach dem Hochverrat des Duke of Monmouth eingezogen worden, wurden jedoch 1742 dem zweiten Duke wieder übertragen. Schließlich gehören zum Titel des Duke of Queensbury die nachgeordneten Titel Marcus of Dumfries, Charles Earl of Dram, Lennrig and Senka, Viscount of Nith, Torthalwald and Ross und Lord Douglas of Kilmount, Middleby and Donnock, alle in der Peerage of Scotland. Der älteste Sohn des jeweiligen Dukes verwendet den Höflichkeitstitel Earl of Dalkith, dessen ältester Sohn denjenigen des Lord Eskdal. Vermögen Der jetzige Duke of Buckleuch ist der größte private Landteigentümer im Vereinigten Königreich. Sein Vermögen von etwa 450 Millionen Pfund ist im Wesentlichen in der Buckleuch-Gruppe konzentriert, die schwerpunktmäßig in den Bereichen Immobilien, Landwirtschaft, Lebensmittel und Getränke tätig ist. Die Landsitze der Familie sind Bohil House in der Nähe von Selkirk. Das Stammsitz der Familie Scott ist Drumlenry Castle in Dumfries and Galloway, das ein Stammsitz der Familie Douglas war, und Botten House in Northamptonshire, England, Stammsitz der Familie Montague. Diese drei Schlösser werden auch heute noch von der Familie bewohnt, können aber auch teilweise besichtigt werden. Dalkith House in Midlouin, ebenfalls ein alter Sitz der Douglas, steht seit 1642 ebenfalls im Eigentum der Familie Scott, ist aber vermietet. In der Vergangenheit hat die Familie verschiedene andere Landsitze, Schlösser und Burgen besessen. So als Londoner Residenzen die Montague Houses in Bloomsbury und in Whitehall. Punkt, 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 Liste der Titelträger Lord Scott of Buckleuch Erste Lord Scott of Buckleuch Walter Scott, 2 Lord Scott of Buckleuch Earl of Buckleuch Walter Scott, 1. Earl of Buckleuch Francis Scott, 2. Earl of Buckleuch Mary Scott, 3. Countess of Buckleuch Anne Scott, 4. Countess of Buckleuch Duke of Buckleuch Erste Verleihung James Scott, 1 Duke of Monmouth 1. Duke of Buckleuch, Duke of Buckleuch, 2. Verleihung an Scott, 1. Duchess of Buckleuch, Francis Scott, 2. Duke of Buckleuch, Henry Scott, 3. Duke of Buckleuch, 5. Duke of Greensbury, Charles Montagu Scott, 4. Duke of Buckleuch, 6. Duke of Greensbury, Walter Montagu Douglas Scott, 5. Duke of Buckleuch, 7. Duke of Greensbury, William Montagu Douglas Scott, 6. Duke of Buckleuch, 8. Duke of Greensbury, John Charles Montagu Douglas Scott, 7. Duke of Buckleuch, 9. Duke of Greensbury, Walter John Montagu Douglas Scott, 8. Duke of Buckleuch, 10. Duke of Greensbury, Walter Francis John Scott, 9. Duke of Buckleuch, 11. Duke of Queensbury, Richard John Walter Scott, 10. Duke of Buckleuch XII. Duke of Queensbury. Voraussichtlicher Titelerbe des Duke's ist sein Sohn, Walter John Francisco, Earl of Dalkith. Sonstiges Sir Walter Skit, BT. ist ein direkter Abkömmling der Lords of Buckleuch. Sein berühmtes Gedicht The Lie of the Last Minstrel behandelt die Familiengeschichte. Alice Duchess of Gloucester war eine Tochter des VII. Duke of Buckleuch. Sie heiratete 1935 Prinz Henry I. Duke of Gloucester, den dritten Sohn von König Georg V.